Natürlich, es gibt sehr viele Partien, die kommen. Wir haben gerade gesprochen Manolesco, das ist also der Degriieu zum ersten Mal. Der kommt ein weiteres Mal im Herbst in der Bayerischen Staatsoper. Es wird einen neuen Manolesco, einen Andrea Chenier geben, den ich in den nächsten Spielsern zum ersten Mal mache. Es wird Aida Radames geben, es gibt Den Caño, es gibt auch Cavallaria Rusticana. Das Pendant dazu, ich werde auch einen Othello singen. Der erste Othello kommt, ich glaube, im Jahr 2016, wenn ich mich recht entsinne. Der Spielzeit 16, 17 und mittlerweile denke ich auch darüber nach, eine weitere Wagner-Partie anzunehmen. Ob ich vielleicht einen der Siegfriede oder den Tannhäuser versuchen soll, das ist dann vielleicht 2018 oder 2019. Also ich habe einiges noch vor, es gibt viele, viele schöne Rollen, die warten und sie werden hoffentlich alle kommen. Wenn alles so klappt, wie ich mir es vorstelle, werde ich es vielleicht sogar bis zum Tristan schaffen.